Ich weiß nicht, ob man das hört auf Video... Ich hoffe, man hört es auf Video. So, jetzt erstmal die Samba-Fountain von Nico. Cut, Kategorie 1. Ja, also für Kalt 1 ist es okay. Ey! So, jetzt die Luftikus. Sehr schön. Loll? Loll! Alter! So, dann machen wir mal weiter mit der Phantom-Sirene. Nice! So, Lulz! Nice! Alter! Loll! Der Impuls am Anfang war richtig hoch, ne? Ja, der war auch ganz okay. Ja. Also, von der Peter her. Lulz! So, ähm... Ja. Ja, machen wir mal weiter mit der Merlin. Genau, die Merlin. Ja, Aldi Süden, Premium. Oh ja. Dann stellen wir mal hier schön am Rand auf. So schön halb auf der Kippe. Und schön weit weg das. Oh ja! Oh ja! Gleich wird's heftig mit dem Fracking. Nice! You know? Yes! You know? Das Ding ist auf jeden Fall was für die Ohren. Und für die Augen. Ja. Und was sagen wir zum Schluss? Und was fehlt dann noch? Und zwar... Tienulz! Da wird dich heute geklorn. Ja.